Ja, das Finanzielle haben wir ja nun geregelt. Im Auftrag des Autohauses Schniedermann überreiche ich Ihnen nun diesen Schlüssel. Und nun zu unserem Sonderservice. Sie wissen ja, das Ärgerlichste im Leben eines neugeborenen Autos ist der erste Kratzer. Und wir haben uns gedacht, den liefern wir nun gleich mit. Halt, halt nicht diesen Baum! Was ist? Schütz doch die Natur! Ein 100-jähriger Baum, der darf doch nicht gefällt werden! Komm, machen wir bloß Zeit. Ökospinner, verschwind's! Das war aber knapp!